Er bringt den Stahlpass, könnte gefährlich werden. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh und die Konsequenz heißt abseits. Durchaus eine riskante Spielweise dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Die Chance für Rodrigo. Der passt, stark gemacht. Da war das einfach zu hart, zu drückvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Das ist eine tolle Aktion.